So, mein Opa hat mal gesagt, in Leben, in Leben, richtige Leben, ja, kommt zurück, alles, ja, kommt zurück, richtige Leben, Freunde, so, und jetzt pass auf, ich muss hier abhauen, wahrscheinlich, wenn alles zurückkommt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf die, ohne Witz, aber weißt du was, ich habe Selbstmordgedanken, weil ich habe die alle gefickt, erst haben die mich alle gefickt, und jetzt habe ich die alle gefickt, und jetzt habe ich Selbstmordgedanken, weil ich einsam bin, ne, nur, nur ein paar Frauen könnten mich darauf dazu bringen, dass ich Lust habe, weiterzuleben, ja, ich sag mal so, ich bin am Ende so mit meinen Nerven, ja, voll, und ich habe, aber ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, weil ich ja Bohne heiße, genau, ich habe eine Bohne, ich habe Titten, genau, ich heiße Bohne, ich habe Titten, genau, und ich habe gegen meine Selbstmordgedanken sogar eine Idee, ja, Ich mache jetzt einfach ein Lied daraus, ein Lied, ich habe keinen Bock mehr, will mich umbringen, ich will an den Galgen, und nichts mehr in der Welt habe ich verloren, ich will an den Galgen, ich will an den Galgen, ich habe mir in dieser Welt nichts mehr zu tun, wenn ich einmal gestorben bin, genau, ich muss an den Galgen hängen, Aber, weißt du was, weißt du was, deine Schuhe, so dreckig, krass, komm doch mal rein, kriegst du neue Schuhe, wieder gute Laune, häng dich nicht auf dafür, und dieses Lied macht mir wieder Hoffnung, deswegen singe ich es, und ich will doch auch mal wieder reiten gehen, darauf hätte ich Lust, ja, ja, ich bin die Bohne, heiße Helga, und jetzt geht es mir besser, und häng mich nicht mehr auf, das war die Rettung, da, 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 da,